Minecraft 2012 vs. 2022 vs. 2032, Texturen, Originalvideo ist in der Beschreibung und wir sehen schon Knochen und Kuchen, ein goldener Apfel, also ja, das ist immer die Reihenfolge von 2012, 2022, 2032, so haben sich die Texturen quasi entwickelt, oh der Diamant sieht sehr cool aus, Karotten und ja, super realistisch sehen die natürlich sehr krass aus, Gold, einfach ein Goldbarren, nicht schlecht, also sehr realistisch, lol, wie sieht denn der Eimer aus, Redstone, ja, einfach, sah aus wie so Gewürze oder so, Federn, eine sehr schöne Feder, ein Spinnenauge, oh, auch nicht schlecht, Eier, ein richtig rundes, schönes weißes Ei und Elytraflügel, einfach so richtige Flügel.